Hallo YouTube, ich habe ein Überraschungspäckchen von einer ganz lieben Freundin bekommen und da ist auch, glaube ich, noch jemand anderes dazu mitbeteiligt und ich möchte mich bei dem ganz, ganz herzlich und lieb bedanken. Ich drücke euch, mich hat es total erstaunt, aber auch total gefreut. So, und ich packe jetzt mit euch das Päckchen aus, ihr dürft mit reingucken, was da drin ist und das fangen wir einfach mal an. Als erstes waren diese Marzipankartoffeln drin, die habe ich aber schon gegessen. Das war das Erste, was ich mir rausgeklaut habe. Also vielen Dank, die haben echt gut geschmeckt. Etwas hilft gut. Und dann dieses süße Päckchen, steht nach dem Nagen drauf. Reifen, so. Und das mache ich jetzt einfach mal auf. Oh. Oh, zart bitte genau das, wo ich mag. Vielen Dank, getroffene Schwarze. Lecker. Und als nächstes hat sie noch an meine Hundis gedacht. Vielen Dank. Die werden sich freuen. Nochmal so geflügelsticks. Und ein ganz süßes Weihnachtspapier. Richtig schön eingepackt. Bärchen drauf und allem richtig schön. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Kleidchen. Oder nicht. Ach, nicht so ein Kleidchen. Wunderschön. Was ist das für eine Größe? 86 für die Großen. Wow, super. Wie ist das für ein Gottkleidchen? Wunderschön. Vielen herzlichen Dank. Und dann noch eine Köpfe Hose. Auch für Größen. Und so ein Spieler. Auch Größe. Achtig. Super. Echt für die Großen. Kann ich echt gebrauchen. Vielen Dank. Wunderschön. Einmal so ein schön eingepacktes Päckchen. Der ist ein bisschen geschliffen. Ich schläge aber schnell ab. Also, eine Hose mit Winnie Pooh drauf, sehr schön, lange Sommerhose oder vielleicht auch ein Schlafi, ein Schlafi-Glauch. Und das packen die Oberteile dazu auch, Größe 68, super. Auch so ein rosa, wunderschön. Dann noch ein T-Shirt, Größe 56, wunderschön. Dann ein grünes T-Shirtchen mit einer Schnecke drauf. Toll, sieht schön aus. Dann noch ein T-Shirtchen, so blau gestreiftes. Und noch ein Hemdchen. Sehr schön. Mhm, ein kariertes Hemdchen. Und dann noch ein Schuh, höchstlich, das ist ja nackt. Und das finde ich ja cool. Schau mal, diese Tonnenfüße und Glättverschlüssel, dann noch ein bisschen, strample, oder body, ich würde sagen Body, Größe 56, ein ganzes Zügel, und Gleitchen, Schinskleitchen mit Ärmelchen und Gämmchen und Gürtelchen, aber ist das nett, auch für die Größeren, Größe, achten Sie auch für die Größeren, wunderschön, vielen Dank. Dann noch ein passendes, eine passende Hose, eine Kotze, ein passendes Hemdchen mit Theke und Winnie-Pooh, wunderschön, echt toll, vielen Dank. Dann noch eine Schlafanzugose, Bär hinten drauf, dann noch ein Body, auch für die Größen, mit dem Po drauf, wunderschön, auch langarmig, ganz toll jetzt für die kalte Jahreszeit, super, und mein Letzchen, das ist ja süß, noch so ein Späler, auch richtig schön ein Elefant und ein Däffchen drauf, vielen Dank, richtig schön, gerade richtig für meine Größeren, ups, es kommt ja noch mehr, Gott, es ist ja, noch mal ein Letzchen, äh, süß und rosa, ein Letzchen, die sind ja goldig, und noch ein Gliedling, und auch die sind netz, und noch ein, ich darf alles stüttert, grobisch, das ist ja süß, wunderschön, dann noch, dann ein Armshirt, auch nett, und noch ein Schlaf, für ein Größen, das ist ganz toll, weil in den großen Sachen, habe ich jetzt fast gar nichts, das ist super, ein Schäfchen drauf, ganz toll, vielen Dank, und dann ein toller Spiele, und blau, das ist ja auch nett, das ist ja auch nett, mit Bärchen drauf, mit der Kragen, mit den Ärmelchen, wie so ein Matrosen, Spiele, und noch so ein Spiele, mit einer Grappe drauf, Häffchen, Ich habe Zeit zum Spiele, heißt es, ich glaube, Zeit zum Spiele, heißt es auf Deutsch, schön, und dann noch, einen ganz tollen Schlafsack, macht man das, das lebt ja auch der Kratzer, auch schön, ein gestreifter, richtig warmer Schlafsack, vielen Dank, lieben Dank, Nahrung, noch mal, Lecker, genau mein Ding, vielen Dank, und so viel, lecker, vielen, vielen Dank, würde ich sagen, das ist echt schön, ein ganzer Park, bin überrascht, freue mich wahnsinnig, auch diese süßen Schülchen, und, ein Dankeschön an euch, da ist noch eine Karte drin, die werde ich jetzt selber lesen, und, vielen, vielen lieben Dank, und das war's, und das war's für mich, tschüss, auch so, und, da ist noch Und, Vielen Dank.